Arten von Leuten auf der Couch So, Hausaufgaben mache ich heute mal auf der Couch Boah, das ist einfach so viel gemütlicher Ah, passt schon Einen Esstisch? Ne, den haben wir nicht Na also, wir essen immer mal auf der Couch Das ist quasi unser Esstisch So, dann wird mal gegessen Boah, die Zilliwürzen sind echt die Besten Voll gut So, gucke ich mal eine Runde fern Boah, das war doch ganz schön gemütlich hier